Liebe Schwestern im Islam, Anas ibn Malik überliefert, dass der Prophet alaihi salatu wassalam einen heiligen Hadith überliefert, ein Hadith, Kutzi, wo Allah sagt, Jebne Adam, sagt er, Jebne Adam, O Sohn Adams, innaka ma da'autani wa rajautani ghafartu leka ala makana minka wa la'ubali. Jebne Adam, lau belegat dhunubu ka'anana as-sama'i thumma stafartani ghafartu leka. Jebne Adam, lau ateitani bikorabil ardi khataya thumma laqitani la tufriku bi shay'a la ateituka bikorabihah maghfirah. Das heißt, O Sohn Adams, O Sohn Adams, O Sohn Adams, dieser Ruf ist von Allah subhanahu wa ta'ala in einem heiligen Hadith für dich persönlich. O Sohn Adams, solange du Dua zu mir machst und auf mich hoffst, das heißt, Dua verbunden mit wirklicher Hoffnung, die wirklich vom Herzen kommt, ghafartu leka ala makana minka wa la'ubali. Werde ich dir das vergeben, was von dir ist und werde es nicht beachten. O Sohn Adams, wenn deine Sünden bis zum Himmel reichen oder bis zu den Wolken des Himmels reichen, das heißt, du müsstest dir jetzt die Sünden vorstellen, du hast so viele Sünden gemacht, dass sie bis zu den Wolken des Himmels reichen, und dann bittest du mich um Vergebung, werde ich dir vergeben. O Sohn Adams, wenn du so viel mit der Menge an Sünden kommst wie die ganze Erde und dann kommst du zu mir und du hast mir niemandem beigesellt, das heißt, du hast den Tawhid verwirklicht, werde ich dir mit genauso viel Vergebung entgegenkommen. Liebe Geschwister, dieses ist ein Hadith, wo man die Ohren aufmachen muss, weil Allah subhanahu wa ta'ala dich ruft und dich auf das Wichtigste aufmerksam macht, was du in deinem Leben überhaupt brauchst, nämlich die Vergebung von Allah subhanahu wa ta'ala. Und er gibt dir drei Gründe hier, um die Vergebung von Allah subhanahu wa ta'ala zu bekommen. Der erste Grund ist hier, Dua. Solange du Dua zu mir machst und Raja hast, das heißt, Raja ist die Hoffnung, werde ich dir das, was von dir ist, vergeben und werde es nicht beachten. Was ist hier mit Dua gemeint? Wenn ich jetzt zum Beispiel sagen würde, Allah-Muq-Firli ist auch eine Dua, aber würde an die zweite Kategorie kommen, Wenn deine Sünden bis zum Himmel kommen, bis zu den Wolken des Himmels kommen, du mich dann um Vergebung bittest? Weil Dua ist, ist der Fahre, ist eine Dua für Vergebung. Aber wo ist jetzt hier die Dua? Zum Beispiel, ganz einfach, wenn du sagst, Rabbana atina fidun ya hasana wa fil achirat ya hasana wa kina adabana O Allah gibt mir Gutes im Diesseits, Gutes im Jenseits und hüte mich vor der Strafe des Feuers. Denn wozu wird dir die Strafe des Feuers vergeben? Wodurch wirst du dadurch bewahrt? Durch deine guten Taten und durch, was? Dadurch, dass deine Sünden vergeben werden. Allahumma inyas alu kal jennata wa makarrabi ilayy min kawli wa amal O Allah, ich bitte dich um das Jannah und das Paradies und was dem Paradies näher bringt mit seinen Worten und seinen Taten. So viele Dua gibt es. Wie ist es mit einer Dua, die nichts mit Jannah und Paradies zu tun hat? Zum Beispiel mit weltlichen Sachen. O Allah, gib mir eine rechtschaffende Frau. Wie weit hilft das bei der Vergebung der Sünden oder wie weit hilft das dabei? Wie weit? Das ist, weil das eine ist jetzt klar, es ist indirekt eine Vergebung der Sünde. Wenn ich ums Paradies bitte oder wenn ich darum bitte, mich vor der Hölle zu bewahren. Allahumma inni uudhu bika minan nari wa makarrabi ilayha min kawli no amal O Allah, ich suche Zuflucht bei dir vor dem Feuer und was nahe dazu bringt von Worten und Taten. Ist klar. Aber wie ist das jetzt bei einer weltlichen Sache? O Allah, gib mir dies, O Allah, gib mir das, gib mir eine rechtschaffende Frau. Erstmals kann sein, dass du etwas bittest, was dich näher bringt an der Religion. Wenn jemand heirat, hat er die Hälfte seiner Religion erfüllt. Warum hat er die Hälfte seiner Religion erfüllt? Heißt das, wenn er zwei Frauen heiratet, hat er die ganze Religion erfüllt? Braucht er nichts mehr zu machen? Nein. Sondern der Prophet sagt Das, was die Menschen am meisten in die Hölle bringt, ist der Mund und die Geschlechtsteile. Und wenn du die Geschlechtsteile geschützt hast durch die Heirat, dann hast du schon mal die Hälfte einer Religion in diesem Zusammenhang geschützt, dass du nicht in Sünden fällst. Aber zum Beispiel etwas völlig Weltliches. Etwas völlig Weltliches ist trotzdem etwas, was zur Vergebung der Sünden beitragen kann. Warum? Weil erstmal ist die Dua eine Ibarra. Der Prophet sagte, die Dua ist eine Ibarra. ist wahrlich eine Ibarra. Es ist etwas, was Allah liebt. Und es gibt einen Hadith, der unter anderem von Tabarani überliefert wird, wo der Prophet Aleyhis Salat sagt, niemand, kein Muslim macht eine Dua, wo keine Sünde drin ist und kein Qatiyat Urahim, das Abbruch der Familienbande. Also das heißt, man möchte mit dem Vater nichts mehr zu tun. Außer dass Allah eine von drei Sachen gibt. Entweder er gibt ihm das, was er erbeten hat, schnelle Art und Weise oder er bewahrt das auf für das Jenseits oder er bewahrt das auf fürs Jenseits oder er bringt etwas Schlechtes von ihm weg. Und dann gibt es noch eine andere, der sagt, was? Oder er vergibt ihm eine Sünde dadurch. Dann haben wir gesagt, die Dua ist eine Ibadah. Was kriegt man für Ibadah? Hassanat. In Hassanat, sagt Allah im Koran, die Hassanat tilgen die schlechten Taten. Hier kommt man dann zu der Frage, wie ist das mit großen Sünden? Denn der Prophet hat gesagt, Die fünf Gebete und Jum'ah zu Jum'ah und Ramadan zu Ramadan tilgt die Sünden, was dazwischen ist, wenn die großen Sünden vergeben werden. Das heißt, dieser Hadith deutet darauf hin, die guten Taten löschen nur was? Die kleinen Sünden. Aber wir haben einen anderen Hadith, der sagt, Hatsch zu diesem Haus macht und kein Fisk begeht, keine Frevelei begeht und keine Optionität begeht, der geht zurück, wie an dem Tag, seine Mutter geboren hat. Das deutet darauf hin, dass sowohl groß als kleine Sünden vergeben werden. Dies kann bedeuten, wenn die Hatsch gemacht wird mit der Taube, denn die Taube löscht sowieso jede Sünde. Der Taube von einer Sünde macht, ist wie der, der keine Sünde gemacht hat, sagt der Prophet a. S. 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 bei der Schlacht von Tabuk, das Heer ausgerüstet hat, Uthman wird nicht schaden, was er nach diesem Tag gemacht hat. Das ist der erste Grund für die Vergebung der Sünden. Dua mit Raja. Liebe Geschwister im Islam, der zweite Grund, der hier genannt wird, ist was? Der zweite Grund, der hier genannt wird, ist was? Ananas Sama wird interpretiert bis zu den Wolken des Himmels. Das heißt, hier wird etwas versinnbildlich. Stell dir vor, die Sünden werden aufgestellt. Und dann bittest du mich um Vergebung, dann werde ich dir vergeben. Und die Vergebung, das um Vergebung bettet, ist die Fahrt, ist eine gewaltige, gewaltige Tat. Allah subhanahu wa ta'ala sagt im Koran, Surah 3, Vers 135 bis 136. Und diejenigen, die eine Schändlichkeit gemacht haben oder sich ihrer eigenen Seele Unrecht getan haben und dann Allah gedenken. Die denken an Allah, oh Allah. Was habe ich gemacht? Sie gedenken an Allah und bitten um Vergebung für ihre Sünden. Und wer vergibt die Sünden außer Allah? Und dann Und nicht auf dem beharren, was sie getan haben, während sie es wissen. Das heißt, hier haben wir es mit einer gewaltigen Sache zu tun. Und es gehört zu der Rechtleitung des Propheten Kauliyah wal Fi'aliyah. Der Prophet, a.s.w. hat manchmal in einer Sitzung berichtet, die Sahaba, 100 Mal ist die Fahrt gemacht. In einer Sitzung. Und es wird beliefert, 70 bis 100 Mal am Tag ist die Fahrt. Hat der Prophet, a.s.w. gemacht. Obwohl er der Mensch ist, der das am wenigsten nötig hat. Aber was hat er uns dadurch überbracht? Wir können da ein anderem Mal drüber reden. Auch wie ist das mit Sünden der Propheten. Da gibt es verschiedene Aussagen. Darüber ist viele Gelehrte sagen, sie sind Masum von den großen Sünden. Aber kleine Sünden können sie machen. Manche sagen, weder große noch kleine Sünden. Weil die kleinen Sünden waren eigentlich keine Sünden. Sondern das waren beispielsweise Vergesslichkeiten oder unbeabsichtigte Fehler etc. Aber das ist ein anderes Thema, was hier zu breit gehen würde bei dieser Freitagspredigt. Aber was bringt er uns dadurch? Was ist das Erste, was du denkst, wenn du hörst, der Prophet, a.s.w. hat am Tag, 100 Mal ist die Fahrt gemacht. Das Erste, was du denkst, ist, du sagst dir, wie oft muss ich dann Allah um Vergeben bitten? Wenn der Prophet, a.s.w. das gemacht hat. Wie oft muss ich das dann machen? Wenn du hörst, Abu Huraira hat tausend Mal am Tag, wird überliefert, tausend Mal am Tag ist die Fahrt gemacht. Was dann sagst du dir, boah, es war ein Sahabi, der hat 5374 Hadithe hierhin gebracht, von denen die Oma heute profitiert. Was muss ich dann erst machen? Das ist erst, was du dir sagst. Dann, also wie gesagt, Kauliyah wal-Fialiyah, das heißt, dass er es selber gemacht hat und dass er es selber auch angeordnet hat. In verschiedenen Situationen, wie zum Beispiel nach dem Gebet, assalamu alaikum wa rahmatullah, assalamu alaikum wa rahmatullah, astaghfirullah, astaghfirullah, astaghfirullah. Man sagt danach dreimal astaghfirullah. Das gehört mit dazu. Und hier ist erstmal, im Fall vom Propheten, assalamu alaikum, war das auch eine Art von Dank gegenüber Allah, dass er das gemacht hat. So, und jetzt muss man sich fragen, was bewegt mich mehr dazu, ist dir Fahrt zu machen? Was bewegt mich mehr dazu, ist dir Fahrt zu machen? Erste Sache, indem du darüber nachdenkst, wie gewaltig, wie groß Allah, subhanahu wa ta'ala ist. Und indem du darüber nachdenkst, wie viele Sünden du machst. Das ist sehr, sehr wichtig. Wir kommen uns leider manchmal hier in Deutschland vor, wie die Einhäugen unter den Blinden, weil wir so viele Muslime sehen, die gar nichts praktizieren, die in der Spielhalle sitzen, die nicht beten, die Drogen nehmen, die rauchen, die eine Freundin haben. Und dann denken wir schon, wir wären heilig gewesen, wir sind gar nichts. Wir brauchen ist dir Fahrt. Also so wichtig. Und Leute, wisst ihr, wie einfach das ist? Und es ist so leicht, so leicht, ich las dabei zu haben. Guck mal, wenn du hier vorne stehst und machst eine Predigt, es ist sehr richtig schwer, ich las dabei zu haben. Möge Allah mir ich las geben. Weil es kommt so schnell jemand sagt, boah, super und dieses und jenes. Aber bei ist dir Fahrt brauchst du keinen, weil keiner sieht dich. Du bist irgendwo im Supermarkt und sagst, Astagfirullah. Keiner weiß es. Das sind vielleicht die einzigen Hassanet, die am Jüngstag bleiben. Vielleicht bist du zum Jumma-Gebet gekommen mit der Absicht, im Hinterkopf so ein Stück, dass die Leute nicht sagen, ja, guck mal, wo war der denn in der Jumma? Warum kommt der nicht zu Jumma an? Vielleicht hast du ein Hijab getragen, ein bisschen mit der Absicht, dass die sagen, oh, Mashallah, die trägt Hijab. Aber ist dir Fahrt, ist vielleicht das, was übrig bleibt. Das kannst du überall sagen, ohne dass dich jemand sieht. Du gehst alleine über die Straße, du gehst alleine im Supermarkt. Hier die Frage jetzt, nützt es dir Fahrt was, wenn man die Sünden weitermacht? Die Lerden sagen, ja, nützt was. Weil es unter anderem dazu führen kann, dass du dir die Sünde abgewöhnst dadurch. Genau wie ist dir Fahrt gemacht werden kann nach dem Tod. Toba kann nicht nach dem Tod gemacht werden. Du kannst dich für jemanden Toba machen, der tot ist, aber du kannst ist dir Fahrt machen für jemanden, der tot ist. Deswegen gibt es das Totengebet. Was sagen wir beim Totengebet in der Doa? Da machst du ist dir Fahrt für ihn. Aber es muss mit Angst im Herzen gemacht werden, ansonsten ist es einfach nur eine Lüge. Aber jemand, der zum Beispiel raucht, und er sagt danach, er denkt sich, boah, war echt schlecht, was ich gemacht habe. Guck mal, dieses ist dir Fahrt führt ihn dazu, darüber nachzudenken, wie schlecht das eigentlich ist. Das heißt, es kann trotzdem was bringen. Dann etwas anderes dazu, zum ist dir Fahrt. Eine gewaltige Sache in Such 71, das ist tot und nur. Was sagt Nuh dazu seinem Vorvolk? Was hat er denen befohlen? Guck mal, das ist dazu da, damit Regen herabkommt, damit sie Vermögen bekommen, Nachwuchs bekommen. Ist dir Fahrt. Damit der Regen kommt, damit die Vermögen bekommen. Zu Hassan al-Basri kommt jemand in die Moschee, sagt sie ihm, ich bin arm. Hassan bastelt, mach es dir Fahrt. Ein anderer kommt und sagt, ja, mein Garten, ich habe einen Garten, der ist trocken, hat zu wenig Wasser. Sagt sie ihm, mach es dir Fahrt. Ein anderer sagt, ja, ich bin verheiratet, ich kriege keine Kinder, ich will Kinder, Nachwuchs haben. Sagt er, mach es dir Fahrt. Das ist der Schlüssel dazu gewesen. Und das ist so einfach und so leicht zu machen. Einfach, wenn du irgendwo bist, wenn du in der Bahn sitzt oder wenn du im Auto sitzt, du kannst hundertmal ist die Fahrt machen und denkst darüber nach, über deine Sünde und wie groß Allah ist. Guck mal, wisst ihr, was das Problem ist von vielen Leuten? Viele Leute kommen und sagen, ja, warum gibt es so eine schwierige Strafe wegen dieser einen Sünde? Wisst ihr, was das Problem von ihnen ist? Sie messen die Sünde nach ihrem Maßstab aus ihrem Blickwinkel. Wie groß die Sünde ist. Und da sie die Sünde so weit entfernt sind, sehen sie die Sünde ganz klein. Du musst die Sünde aber nach dem sehen, dem du ungehorsam bist. Wen bist du ungehorsam? Allah. Wer ist Allah? Allahu Akbar. Und das sagen wir in jedem, vor jedem Gebet sagen wir. Im Erwähnt schon, im Erwähnt schon, im Erwähnt schon, sechsmal Allahu Akbar. Viermal am Anfang, zweimal am Ende. Oder kurz vor Ende. Dass wir uns immer wieder vergewissen, Allah ist der Größte. Das heißt, ich bin gerade ungehorsam dem Größten gegenüber. Der größte ist als alles. Das ist ihr Fahrt. Dann der nächste Grund, der hier erwähnt wird, ist was? Jebna Adam, O Sohn Adams, wenn du zu mir kommst, das heißt, am jüngsten Tag kommst du zu mir, mit der Erde so viel an Sünde, und dann kommst du zu mir, und du hast mir niemanden beigesellt, so werde ich dir mit genauso viel Barmherzigkeit kommen. Und was ist das? Das ist die Grundlage. Tauhid. Wenn du kein Schirk begangen hast, wird dir irgendwann verziehen werden. Und wenn du Schirk gemacht hast, und du stirbst im Schirk, dann nützt es dir auch nichts, wenn du zwischendurch da stehst, und bist trotzdem weiter Schirk gemacht. Natürlich, wenn du Schirk gemacht hast, bitte Salam vergeben, und hör auf mit dem Schirk, das ist eine andere Sache. Aber all diese Sachen, gute Taten machen, Dua machen, ist dir Gefahr machen, nützt dir nichts, wenn du im Schirk stirbst. Allah sagt im Koran, Suche 4, Vers 48, Allah vergibt es nicht, dass man dem Götter beigesellt, er vergibt was darunter ist, wie man will. Und Allah sagt in Suche 5, Vers 72, Weil ich wie Allah Schült gegenüber begeht, so ist für ihn das Paradies verboten, seine Bleibe wird die Hölle sein, und er wird keinen Helfer haben. Allah Subhanahu Wa Ta'ala sagt im Koran, Hätten sie Schirk begangen, wäre das, was sie getan haben, vernichtet worden, Suche 6, Vers 88, Suche 39, Vers 65, sagt Allah sogar zum Propheten. Es ist schon dir offenbart worden, den vor, die hättest du Schirk begangen, wären deine Taten zunichte geworden, du würdest wahrlich zu den Verlierungen, das sagt Allah zum Propheten, a.s. Das heißt, Schirk ist gefährlich, ist das Gefährlichste überhaupt. Und deswegen sagt zum Beispiel auch, Scheich Al-Islam Mohammed Abu Ghahab, Das heißt, wenn du weißt, wenn du weißt, dass Allah dich erschaffen hat, damit du ihm dienst, du wirst, dass die Iberda nur Iberda genannt wird, mit Tauhid, so wie das Gebet nur Gebet genannt wird, mit Tahara, mit Reinheit. Wenn dann ein Hadith, wenn der Schirk in die Iberda hineinkommt, geht die Iberda zunutzen, geht die Iberda zunichte, so wie der Hadith, die Unreinheit, du hast zum Beispiel auf Toilette, wenn sie in die Tahara hineinkommt. Das heißt, da sagt er hier, wenn du weißt, dass der Schirk, wenn er die Iberda vermischt, sie zunichte macht, und der Gefährte davon, der Schirk begegnen hat, also der Schirk macht, zu denen gehört, die für ewig keine Hölle bleiben, so weißt du, dass das Wichtigste für dich ist, zu lernen, was Schirk ist. Das heißt, diese Sachen sind für die Vergebung wichtig, dass wir in das Paradies kommen, Tauhid lernen, Dua machen, ist die Erfahrung machen. Dua können wir so viel machen, es gibt so viele Situationen, wo wir es verpassen. Die Dua zwischen Adhani und Ikama wird nicht zurückgewiesen. Letzter Drittel der Nacht, guck mal jetzt, bald ist Winter, letzte Drittel der Nacht ist einfach zu erwischen, man kann lange schlafen. Eishar ist sehr spät und Fejr ist auch sehr spät, er ist sehr früh und Fejr ist auch sehr spät. Das heißt, du kannst früh ins Bett gehen und kannst die letzten Drittel der Nacht noch erwischen. Dann, ist die Gefahr, kannst du überall machen. Lass uns diese Taten nutzen, lass uns Tauhid lernen und möge Allah unserejenigen machen, die diese Grundlagen lernen. Ich sage dich, das Johnson macht, und Fejr ist das, ich liebe dich. Ich sage dich, dass sie die Welt lebt und das sein der Welt, ist ein froh. Und er ist die Erde. Ich sage dir das, das Johnson macht, das wollen wir uns tun. Subhanakarama wa bihamdika sharwa la ilaha illa antastafiru qatub alaik Subhanarabbika rabbil izzati amma yasifun wassalamun al musaleen walhamdulillahi rabbil alameen aqim as-salam Subhanakarama wa bihamdika